Hallo zusammen! Gegen Sanktionen gegen Moskau und die Intervention des Bündnisses in die inneren Angelegenheiten der europäischen Länder sind die Bewohner Frankreichs, berichtet RIN TV. Massenproteste gegen die NATO sind in Frankreich ausgebrochen. Im Zentrum von Paris fand eine Demonstration statt, deren Teilnehmer die Behörden ihres Landes forderten, die restriktiven Maßnahmen gegen Russland, die bereits zur Inflation geführt haben, und die Energiekosten zu überdenken. Die Situation ist so kompliziert, dass Vertreter der Partei der Patrioten den Tod des französischen Geschäfts nennen. Vom Rednerpult erklang auch ein Appell an die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Ursula, halt die Klappe! Ursula, halt die Klappe! skandierten die Protestanten. Es gab auch einen Aufruf, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron plus sie zum Rücktritt zu schicken. Ihm wird vorgeworfen, der politische Kurs des Staatsoberhauptes gescheiter zu sein. Verarmte Franzosen sind empört, dass sie keine Rechnungen bezahlen können. Gleichzeitig geben die Behörden viel Geld für die Probleme anderer Staaten aus. Die Aktivisten versicherten, dass sie einen Austritt Frankreichs aus der NATO fordern würden. Die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, sagte, dass das neunte Sanktionspaket gegen Moskau, wie die vorherigen acht, der Europäischen Union neue wirtschaftliche Probleme bringen würde. Die Europäische Union veröffentlichte am 17. Dezember ein neues Sanktionspaket. Die Liste umfasste unter anderem eine Reihe von Ministern, Richter des Verfassungsgerichts, sieben russische Gouverneure und die Tochter des tschetschenischen Staatschefs Ramzan Kaduro. Das sind Idioten. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leaks und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle. The